Musik Das Wichtigste beim Wanderschuh ist eine gute Stabilität, ein guter Halt, ein sehr rutschfestes Sohlheil und unter anderem auch die Passform und dazu gibt es jetzt auch schon am Markt anpassbare Wanderschuhe. Musik Die wichtigsten Punkte beim Wanderschuh sind zum einen, dass er ein Teleskopstock ist, dass man ihn verstellen kann, dass er einen komfortablen Griff hat und dass er sehr leicht ist. Das Wichtigste beim Rucksack ist eine gute Passform, eine gute Durchlüftung und dass er unter anderem auch eine Regenhülle hat. Musik Also für mehr Sicherheit am Berg gehört unbedingt in einen Rucksack ein Erste-Hilfe-Paket, damit ich kleine Schrammen verärzten kann. Wenn es zu einer Notsituation kommt, sollte er auch einen Biwaksack drinnen haben, der schützt vor Unterkühlungen und wenn es einmal später wird, sollte man unbedingt eine Stirnlampe dabei haben. Musik 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 Vielen Dank.